Und natürlich mein Faustschlag, aber den hat ja jeder. Über der Tankmax, da habe ich Abriegelungen, damit ich mich irgendwo hinstelle. Und ja, Flaggpanzerungen, damit ich mich irgendwo hinstelle. Irgendwo zum Beispiel auf dem Berg oder sonst wo und Spawnhäuschen. Damit ich da gut schnell feuern kann. Und die Burstermax, da habe ich nichts geändert, weil ich die nicht oft benutze. Auch mit Abriegelungen. Das sind meine ersten drei. So, wenn ich alleine bin, gibt es einmal die Anti-Air, Auto-Repair. Auch mit Abriegelungen, Auto-Repair, Stufe 5. Dann einmal die, ähm, wieder dieselbe Waffnung. Wieder, ich versuche dann natürlich auch mit der auf Axt umzuschaffen. Auch die Magazine und Stürmen und Auto-Repair. Und nochmal Auto-Repair und Stürmen. Zum Wechselstürmen. Genau. Und ich nehme jetzt diese. Und wir wollen nochmal schauen, was wir mal so sehen. Pass mich durch. Ich bin Corny. Ich bin Nix. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Wollen wir nicht drauf. Ob hier irgendwo Geyschen aussehen. Doch, wir gehen da drauf. Sind hier noch Panzer? Ja, passt. Lightning, Lightning, Lightning. Dann wollen wir mal versuchen, den Lightning noch zu kriegen. Wird erscheinend. Wird schwer sein, weil der recht weit weg ist. Aber, der dabei geht gerade. Und, ja. Da ist noch ein Mag Rider dabei. Natürlich auch sehr schön. Oder auch nicht schön. Der Lightning ist weggefahren. Dann wollen wir mal auf den anderen Tower gehen. Sollen wir drauf. Wir haben hier unten zwei Sandys. Wir wählen erstmal den Lightning. Wir schießen erstmal auf den Lightning. Oder auch nicht. Weil das umhaut sonst. Ich will meine Mix jetzt nicht schon verlieren. Jetzt muss ich kurz warten. Und wie man sieht, mein Auto Repair springt schon an. Aber wir brauchen nicht stehenbleiben. Das ist ein feines Gebiet. Was schießt da auf? Generator stabilisieren. Galaxy. Wenn die jetzt noch zerstört wird, kriege ich kein Assist. Scheiße. Warum habe ich da kein Assist bekommen? Achtung! Schwere Wichterische Einheit! Ich muss ein Ende abbringen. Ja du Opfer. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. I'm scared. Oh, dankeschön. Ich sage jetzt mal nicht danke beim Chat, damit die Gegner uns hören. Jetzt hat er mein Inji umgehauen. Wir sind das. H1 Heroes. Generator repariert. Wir hauen da mal um die Luftabwehr ab. Wunder. Was war das denn für ein Inji? Hat ja gar nicht getrunken. Wir gehen mal hier hoch. Gehen wieder zu uns so einen Kollegen. Holen mal ein bisschen Emmo. Und versuchen mal was von hier oben zu treffen. Ich sehe nicht mehr. Wo ist der Nubel? Ja. 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 Hast du noch Munition? Schreien wir mal nach Emmo. Hoffen wir, dass mal irgendwann Emmo kommt. Und ich hoffe, dass ich nicht hier runterfliege. Weil das wäre weniger schön. Trochen. Kommt der hoch? Rollt er sich hoch? Na, ich hab Auto-Repair und du? Digga, du hast ne Infanterieabwehr und jetzt kill den du. Ich hab hier kleine Probleme mit meiner Fracture den zu treffen. Und ich bräuchte mir immer. Das ist ein McRider. Scheiße, ich brauche ihn. Könnte Munition gebrauchen. Sieht Kontakt zu schwerer Ich muss nicht neu ausrüsten. Aber wir wissen doch alle, das wäre viel zu einfach. Ich könnte Munition gebrauchen. Wo ist der Bärin? Ich brauche mich direkt in Emmo. Außer Punkte. Du hast was gut bei mir. Mal wenigstens schon mal Emmo. Da haben wir einen Sandra. Da haben wir nur ein bisschen getroffen. Mal, mal, mal. Gucken mal. Ob wir den Lightning ein bisschen Aua machen können. Oh nein. Ja. Nee, wieso? Scheiße, nur ein Assist. Entweder hat den jemand anders bekommen oder er ist verbrannt. Und ich hab nicht deswegen bekommen. Ja. Beides scheiße. Ja, der Nico, der fliegt andauernd raus. Er fliegt rein. Er fliegt andauernd raus. Oh Mann. Eine Max-Einheit identifiziert. Eine Max-Einheit von oben. Shit-Shade-Generator kritisch. Ich bin ein Sniper. Oh Mann, gegen Infanterie ist die echt nicht der Kracher, ey. Muss man echt schon genau treffen. Also der Splash-Damage ist echt nicht wirklich gigantisch. Eigentlich überhaupt nicht gigantisch. So, stellen wir das mal richtig. Kriegen wir dann euch nochmal 160 XP. Da mal. Wow. hat der mich nicht volle Mörder getroffen, ey. Na komm, wir gehen mal auf Infanterie um. Und gehen wir mal langsam runter. Dann werde ich wahrscheinlich sterben. Ich werde mich opfern. Ich werde mich für den für den Halt dieser Basis opfern. äh, ich werde sterben. Vielleicht. Heutig schon. Äh, das da war alles, ne? Weiter geht's. Jetzt geht's los. Alliopp. 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 Wir gehen dort rechts. We gehen dann direkt weiter. Schwuppdiwupp. Der hat's leider überlebt. Der aber nicht. Der ist auch tot jetzt. Er berät mich nochmal kurz. Wir gehen mal hier entlang. Hier unten. Zu C. In Richtung C. Wir haben... Wow. Alter. Da ist ne Max. Aber eine Börster Max mit Luftabwehr. Ja, aber Max ist Max. Generator stabilisiert. Aber wir haben da noch einen. Da kann er noch ein Raketenwerfer auf die Max schießen. Da hab ich's einfacher. Im Nachhinein. So, dann wollen wir mal ein bisschen regenerieren kurz. oder auch nicht, weil man angeschossen wird vom Verbündeten scheinbar. So, das dauert ein klein wenig. Aber naja, sagen wir mal, das dauert recht lange. Also, es geht nicht ganz so schnell. Aber, wenn das schneller gehen würde, dann wäre es ein bisschen overpower. Das wäre dann auch ein bisschen unfair, ne? Nein! Warum hab ich den gekillt, ey? Ich hätte gleich den anderen killen sollen. Verdammt, mein Fehler. Verdammt. Die kämpfen immer noch an die Crown. Xenotech-Labs. Klammern uns dort weiter. Klammern uns dort noch ein bisschen weiter. Ein, zwei Mal. Wenn's gut läuft, länger. Wenn nicht. Die sind ja immer noch, die haben mit Sicherheit immer noch den Sandor da unten hin. Die hatten da ja allein schon zwei Stücke stehen. Aber man kann ja nie wissen, wie viele wirklich stehen. Ich wäre da unten irgendwo ne Mix. Bei B. B. Point B. Da wollen wir mal unseren Verbündeten helfen. Haben wir erfolgreich getan. Sichtkontakt zu feindlichem Sandor. Was ein Zufall. Die Rakete spar ich mir jetzt aber, weil es nutzlos wäre. Sinnlos da jetzt Rakete drauf zu pulsen. Weil der eh repariert wird. Wahrscheinlich schon drin. Schwupp. Ohne Schild. Und trotz dass der vorbereitet war, hab ich noch gekillt. Epic. das ist die OP Burster Max. Burster Max. Die Waffe ist ja generell auch nicht für die Entfernung ausgelegt. Also für den Nahkampf wie jetzt hier. Aber rett es mir. was wird das denn? Null, da kam der Mech, die Mechso noch von hinne. Aber der hat mich nicht getroffen. Aber der hat mich getroffen. Boah. Haben die den Sunrides zu steuern oder was? Na komm, ich kann hier spawnen im Notfall für ihn. Kann ich mich verlegen? Wenn nicht, kann ich auch fliegen. Hier kann ich auch fliegen. Ich bin auf Fehler verbündet, auf einmal auf der Terraner. Oh nein. Fuck. Lol. Kein Fallschirm. Achtung, in der Nähe befindet sich eine schwere bieterische Einheit. Generator stabilisiert. Okay, daneben nicht. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Der Mosi. Wollte ich gerade sagen, die Mosi ist aber ziemlich tief wieder über den Boden geflogen. Hab ich nicht mehr abgeschossen. Öl. Der hat mich na grade geschossen. Zeig dich. So. 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 Ich bin Conny.